Hallöchen meine lieben Leute und herzlich willkommen hier zurück zum Let's Play mit dem Brummi Hallöchen Lefret wie immer Hallöchen liebe Freunde und willkommen zurück bei Lefret ja es genau so wie immer noch immer ich bin mal gespannt was uns hinter dieser Türe erwartet oh yeah sieht ja aus hier wie ein Puffs und Strip Club oder so okay ich will das Geld hat man gleich mal auf die Spanne rauf aber erst was so schädlich immer also dann weg ich sehe gar nicht so hier ich sehe auch die Schwäne ich glaube ich bin auch sehen nämlich zwei ich bin der Schwäne hat sich aber auch mit so dass wir uns vorfahren hier okay ich will ein guter Löhren dann in einem Löhren wenn man man Mönchengladen wir haben in einem Dorf der Sicherung drin die Späne fahren nicht los weil hier die Kinder und Schalter und auch da hat sie gebraucht der Kino Schlumberg wenn man nachladen wird ich habe als Bericht bis jetzt an immer alle hier ist noch nicht mal bei der Kommission gut für ein Hackeweil kommt wieder zum Einsatz dritten kommt jemand ihr schädel rekt so war was geschafft hat und Schäden auch so dass schon doch der E-Gitarre die Tage die Zoll ist man heute haben die Fakte jedoch nicht bei alter 3 es wird schafft von meiner Art die Klammer ja mein Sohn ich bin der Schöscher Schöscher und Abkürzung sagen wir nicht gerade romantisch wohl doch da kotzten Zorn wieder schön die Fahrt war die Zoll Schöne wie dunkel hier die Romantik hier mit sehr romantisch die St er hat die Zuger zu tief reingesteckt in der Nähe die Strecke ja wie geht es Ihnen heute so heute noch wie es ist Liebe zum Wiest nicht in der Küchen wir sind eine ganze Zeit Romy und Lukas und unsere aufgabe ist es heute euch zu töten schön metzen und genau noch mal wissen alle auf mich das geht gar nicht alter wer ist hinter mir schädel weg als aber es ist so da hinten schon gelaufen ich ja ich bin schon die Kirche hier hat die Mann hinterher an die ist aber ich werde ich mir glaube ich nicht andere Waffen ja die Waffen so erinnert werden Rohr und die Sion Moni genau Moni das ist wichtig im Brunnen darunter müssen wir wirklich ich will aber echt nicht dass er muss man sagt ich bin ich gar nicht hinter mir kommt so viel angelaufen Jürgen Alter gleich eine Rohrbombe Alter so viele Zombies da zahlst du jetzt schau jetzt schau Tank kommt auch noch da gehe ich rauf auf den Tank Alter was ist und Mohamed Bauer und Tänk dauernd Frauen auch tut das da hat mich ein so heftig Lade nach eine Wälder hat sie jedenfalls so angehört okay Lade holen sie wir uns das ist ein Schädel weg das ist um ein sehr mit Schillig hier Frischluft aber da muss sie in der Nähe muss wie das ein Luftschacht sein er hat da rein ich muss sagen aus hier kommt man raus aber hier warten dass man sich erst mal hier ist checken was hier hinten ist gar nichts okay ist auch gut ich will nicht ich will nicht ich brauche Deckung zum Fahrten Eiz Hups, Hupi, komm her ich hole ihn runter du holst ihn immer runter, gell? dauernd ich bin über mit dir den 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 Chargy, Chargy Chargy, komm drüber Fuss drauf, Fuss drauf Achtung, Triffe ich bin gleich tot wow, das war so knapp das war so knapp oh ja Hilfe, Hilfe ich werde von einem Neger-Range geriefen noch schmal halte ich das nicht aus nicht so, wo muss man da jetzt hin? ähm ah, hier die Achterbahn rein oder was? genau, hinten rein irgendwie ah, cool supergeil ja, geh auf, Kaktor oh man scheiß du Kaktor, alter, geh doch auf lol die ganzen Zombie oh, da kommen sie ich, ähm ich, ähm äh äh ähm die Rennen halt, äh du, nur als ok hm, wie bitte? ich kümmern dich von lieber zu nicht, du von rechts ich mach dann nach oben oben die ist da ah, die Tür schon aufgelang ok schon lange ich mach jetzt mal von oben alles pass auf, die kommt zu dir raus ja, ich kann sie auch sehen da lol, die ist in der Luft rumgekehrt und mit meiner Axt beile ich die weg da ich glaube, dass hinter mir nicht die Achterbahn kommt pass mal Schädel weg oh 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 die ist mal weg vielleicht die Zombies erstmal weg oh, das ist kreativ so, hinfahr ja klar 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 voll mir ja nicht rum ey, fack's dir aber Gott, danke, ich bin noch oben ja, guti was ist ich suche mich das von dir schützt mich mal ich muss mich mal heilen ich bin schon unterwegs, das hätte ich mal sagen ah, hier müssen wir hinunter das ist aber eine lange Achterbahn hui, Rutschbahn ah nein kein Smokey Smoke Smoke ich stürme mal vor da Alice ist eh bei dir hier gibt es im Falle noch um Munition hat ja noch egal auf einmal weiter es ist einfach nichts nur noch weiterlaufen mehr wie nicht und schnell ausschalten Hinke schon wieder ich hab um ich hab nicht wenig Leben damit ich noch runter so oh, bleib bin ich da bleib bin ich da oh oh jo, Junge da, lechst du dir, du Sau oh, Alter richtig heftig geht es hier ab Jungs, was wollte ich denn alle von hier so oh oh richtig hardcore er kriegt deinem Kopf okay äh, hier geht es lang, Junge nach oben ähm ah ja halbisch mal bitte ich bin halbisch dauerlich schwörst er heftig er ist mit Metzl-Wahl-Hitz mehr er ist in der Schienenbleibend dann kommen wir hier durch die Anzertraut immer mitten in die Fresse ein wir schon haben wir schon als er nicht so nütze die Ritze so auch mehr ist mehr aufgrund nicht und er kann man war vor Ort ein Zoff vor Ort ich glaube er hat so und es ist so was Jolo Jungs immer und wieder über die nächsten Folge von Let's Play Left 4 2 mit dem Gummi und die Tschüss Leute Genauso sieht es aus Ciao Leute Haut rein Untertitelung des ZDF 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 Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ......